Habt ihr jetzt schon mal jemanden entjungfert? Nein! Ich tatsächlich auch nicht. So, ey, ich will schon mal machen. Ja. So, möchtest du mal jemanden entjungfern? Ähm, nee, ich glaub nicht. Wie ist es für dich, wenn ein Typ so super wenig Erfahrung hat? Wie wäre das für dich so, dass du dann sagst, boah, keinen Bock mit dem ins Bett zu gehen? Oder spielt es, also in welchem Kontext? Also, das ist jetzt richtig spannend. Ich sag mal so, wenn man sich verliebt und für eine Beziehung, spielt es ja keine Rolle. Aber 100% ehrliche Antwort. Wenn es beispielsweise darauf hinausläuft, dass es nur ein One-Night-Stand ist und du dann während des Abends erfährst, so, ja, da ist noch Jungfrau oder hat super wenig Erfahrung, wäre das dann für dich ein, so, dass du dann sagst, hm, dann skippe ich das lieber oder trotzdem verlockend? Nee, ich glaub, ich würde es trotzdem machen. Man weiß ja nie, wie es ist. Es muss ja nicht komplett scheiße sein, weil er sich nie so gemacht hat. Es gibt Naturtalente, Leute, es gibt Leute, die haben auch schon wirklich sich die Seele aus dem Leib gefickt und sind immer noch scheiße dabei und halten nicht. Es ist ja so. Es ist ja so.